Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3 und wir befinden uns immer noch in der Pyramide, haben jetzt den einen Raum da sozusagen gelöst, jetzt werden wir mal in den anderen Raum hier, was hier passiert, wir können wieder einen rausholen, mal komm. Oh, die Kugel kommt, gehen wir mal lieber hier rein. Hallo. Hallo. Okay, hier ist irgendwas im Sand. Warte mal. Guck mal, was ist denn hier? Ist hier denn was? Au! Oh! Okay, also. Das ist hier. Was für Figuren hier? Mal hier. Guten Abend, Ding. Hier haben wir vier Stück von und das Ding steht auf Krokodil. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwas anderes hinbekommen, aber statt Krokodil. Was? Was? Hm. Die Dinger müssen auch für irgendwas gut sein. Was für was? Was sind das überhaupt? So Köppe. Ich kann die Dinger drauflegen, ne? Ich kann die Dinger drauflegen, ne? Komm! Ne? Au! 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 Ist nur die Frage, für was das gut ist. Aber hier, weil da kann ich irgendwas machen. Hallo? Wo? Ach so. Das kann ich mit der Flasche machen. Ist irgendwas, was man nicht gefunden hat? Nee. Oh, oh. Oh, oh. Also, die Zeit geht. Ach, das sind Gewichte. Okay, warte mal. Das sind Gewichte. Okay, warte mal. Das sind Gewichte. Warte mal. Das sind Gewichte. Gucken, was jetzt ist. Okay. Passt mich. Ein Gewicht draufstellt. Dann mal Luigi weggenommen. Sollen wir einen noch da raufpacken auf die Waage? Ach, zu viel. Okay, ist die Frage, ob das verschiedene Gewichtige sind. Oder ob die gleich viel wiegen. Das können wir jetzt testen. Geht nur bis zum Löwen. Okay. Na gut, dann nehmen wir nochmal einen runter. Dann stellen wir nochmal den Luigi hier hin. Oh, ja. Dann gehen wir hier mit hin. Wenn ich mitte draufstehe noch. Ah. Kann ich hier noch Sand draufschippen? Das kann man auch probieren. Oder hat Sand keinen Einfluss? Na? Ja. Der Sand hat auch Einfluss. Okay. Ich darf dann nochmal... Luigi weg. Yes! Okay, das war vielleicht nicht so cool. Ich dachte, ich hab's geschafft. Oh Mann, oh. Okay, wir müssen das andere Ding haben. Ähm. Der ist ziemlich weit vorne. Lass den mal liegen. Den mal runternehmen. Den auch runternehmen. Oh, ja. Der Elefant. Oh, ja. richtig viel Gewicht. Ja. Nein. Okay. Dann muss ich vielleicht runternehmen. reicht das und die anderen drauf sind. Nein, da muss noch einen runternehmen. Oh. Oh. Oh nein. 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 Dann muss es reichen, oder? Oh, alles ist. Oh, alles alt stimme. Also alles fertig, drei. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wunder. Oh, Alter, kommst du gar nicht mehr durch. Da. Geht meine Tür wieder auf? Wahrscheinlich. Was passiert hier? Okay, wir müssen also die Pyramide wieder zu bekommen. Kann ich sagen, dass wir zusammen nach oben steigen und wieder nach oben kommen, oder wie? Wahrscheinlich. Gut, wir können wieder raus. Okay, helfe ich noch nicht gleich. Wow. Oh. 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 Du hast ja lang. Komm raus. Okay, dann ein paar. Ah! Die Kugel kommt, haha. Der ist dran. Das war's. Die Kugel kommt, okay? Das war's. Der ist noch nicht. Jetzt kommt. Die Kugel kann. Die Kugel kommt. Die Kugel. Guck. Guck. Die Kugel. Guck. Großart. Du hast du den�. Geh, du hast du den. Was ist da? Was ist da? gut hier oben können rein da war noch nicht dann sind da vielleicht mal hinschaufeln ok ist doch nur so das ist doch schon ein wein ok kommt jetzt raus Nein, du bist verkehrt weg, komm, oh, Luigi, oh, Alja, komm, 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 Warte mal, fände ich mal noch Leben, das ist gut, ah Ah. 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 Jetzt durch die Truhe, vielleicht ist auch noch was drin. Das wird noch ein Dreieck. Ach du Scheiße, wo ist denn das letzte Ding? Ich bin doch ein Fack. Da ist ein Dinger vielleicht drin. Da. Da. Bom. Eieieiei. Gibt auch ein bisschen Zeitanspruch. Aber man kann nichts streiten. Jedes Level ist wirklich sehr adwechslungsreich. Das muss man echt sagen. Der Hammer. Da. So. Jetzt kann ich kein Sand mehr durch. Sehr gut. Zurück. Ach komm, jetzt geht der Sand mehr und mehr. Wir können eigentlich da oben drauf bleiben, wenn noch die Pyramie rauskommt. Oder auch nicht. Da. 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 Ui Dino oh 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 So, jetzt aber. Eieiei, das waren aber auch viele Gegner gerade. Aber wir kommen, wir kommen mal nach oben. Und wenn Santa kommt. Oh, wir wollen ja gar nicht ganz nach oben. Wir wollen eigentlich nur bis zu dieser Tür kommen hier, ne? Das war alles. Das haben wir geschafft. Oh, oh. Klaufen. Oh, noch um. Oh. Nein. Scheiße. Na gut, müssen wir noch mal schneller sein. Das ist jetzt ja. Aber jetzt sind die ganzen Spinnen weg. Das ist einfach her. Das ist einfach her. Ja. Wie kommen wir da jetzt durch? Oh. Aha. Sieht aus wie ich. Oh. Oh? Huh? Oh. 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 Da ist die Königin. Ja, sieht doch aus. Hallo? Oh, es gibt einen Kampf hier draußen vor der Pyramide. Auch nicht verkehrt. Da lacht sie ein bisschen. Auch nicht. Ich sauge mich weg, das Gesicht. Oh, ich kann es weg, ich sauge mich. Aber sie müssen auch passen. Was ist das denn? Oh, na, wieder so ein Scheiß. Ach, Mann. Ich kann nicht leben, bevor ich hier. Oh, das gibt es doch gar nicht. Okay. Aha. Mein Kopf bin ja geil, bin ja geil. Oh. Warte, hier ein paar zu erleben. Okay, müssen wir eigentlich alle Kupfer wegbekommen. Mist, müssen wir schneller sein. Okay, ich kann nicht nehmen. Boah, ist ein Vieh, aber. Ich kann nicht glenden. Scheiße. Das ist ein Vieh. Ich kann nicht glenden. Ich kann nicht glenden. Es gibt doch gar nichts, die mich diese blöden Linken erwischt. Oh! Oh Mann, das gibt es doch gar nicht. Oh, 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 oh. Das ist eine Ärgerlinge-Geschichte. Alle guten Dinge sind zwei. Wurde so viele Knochen haben, die uns da helfen werden. Mal schauen. So schnell kann man gar nicht wegkommen, wie der dann bei der Kugel kommt. So schnell kann ich nicht wegkommen. Oh Mann, was ist das? Oh Mann, ja. Oh Mann. Mist, noch so eine lebende Hände, oder? Entriffst du nicht immer? Oh, das ist echt... So, drei Klippe weg. Gibt's doch wieder irgendeine Szene, wo ich sie vielleicht eventuell spielen kann. Oder auch nicht. Entschuldigung. Was ist denn da, Mann? Was ist denn da, Mann? Ach, Mann, wieso treffe ich ihn denn da? Ist doch bescheuert. Wird nix, das wird nix. Kannst du noch irgendwo leben, Micha? Wieso, ich kann den Kamm. Oh, jägerlich. Oh, oh. So, dann kommt man zurück, drückt um dich. Ich bin nervig, wenn man das immer wieder machen muss. Aber was solls. Oh, komm doch mal hierher, Mann. Ich bin nervig, ich bin nervig. Oh, was ist denn da? Oh, okay, ich bin nervig. Oh, okay, ich bin nervig. Ich bin nervig. Oh, ok. Oh, cool. Was ist denn? Oh, cool, cool. So kann ich jetzt aus nicht. Oh, cool, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, ich muss das Becken mal aufhören, da. Ah! Ihr Ernst? Alter, warum trägst du mich die ganze Zeit die Gute? Eine dumme Pürung, die ich in fronte da haben. Ah, Mann ey. Na gut, ich glaube man muss hinrennen, wegrennen, hinrennen, wegrennen. Anders geht es glaube ich gar nicht. So. 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 Okay, man muss einfach nur diesen Sandhügel nach und nach dezidieren. Ohne getroffen zu werden, dann hat man es doch schon geschafft. So. Okay. Ich kann ja nichts dagegen machen, gegen die Fäuste oder was? Bescheid. So. 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 Mann! Ah, okay. Ah, jetzt habe ich sie hoffentlich. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Perfekt. Und raus hier. Zum Fahrstuhl? Ups, ich habe mir lange gedacht in die Pfeile. Oh, ja. Haha. Yeah. Mhm. Oh, yeah. Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.